Was für ihn so richtig und was falsch ist, weißt du, dass ich bald gehe, ist ja schon mal falsch. Es gibt kein richtig und falsch. Es gibt noch einen Kaffee. Immerhin ist er noch da. Stalker würde ich ihm jetzt nicht nehmen, nein. Es gab hier schon einige, die mich hier befreien wollten. Von was auch immer. Hallo, Ahmad. Guten Morgen, Pakistan. Ja oder nein? Trinkst du Alkohol? Nicht so gern. Selten trinke ich mal was. Aber was hat das jetzt damit zu tun? Jetzt sind wir wieder beim anderen Thema. Oder wie? Wie geht das dir? Gut. Und dir passt es, Eva? Alessandro. Dankeschön für die Hose. Ich auch. Okay. Für die Möse ist es schön stark, wenn jemand nur vor der Tür stellt. Also so fängt es an. Ja. Solange Alkohol bei mir in life ist, ist doch alles gut. Ich bin leider krank. Ich kriege schnell Kopfschmerzen in der Sonne und schwindel. Und die Bakterien verbreiten sich dann noch mehr. Ich war gerade in der Sonne. Es tut mir nicht gut. Ich war auf Balkon. Schon wieder Druck in meinen Kopf. Warum bist du nicht rausgegangen zu kaufen, weil ich nichts brauche? Ich war heute Morgen schon mal draußen und habe meine Erledigung für heute erledigt. Wenn man uns auf jemanden schreibt, dass wenn einige kennenlernen will, das kannst du auch kennenlernen. Nein, nein. Für einige Zeit sagten sie, sie wollten etwas kaufen. Aber ich kann euch auch mitnehmen zum Kaufen. Nein, nein. Ich weiß nicht nicht. Ich habe mich schon auf dem Fernsehen gesehen, meistern, dass Promos wie Hörnel. Kenn ich nicht. Promo? Wir haben uns mit, du weißt doch, das klappt nicht. Ich wollte letztes Mal mit euch zum Zigarettenautomaten gehen. Samsung sagt nein. Ja. Ach, mir ist aber auf den Weg eingefallen dann, also bevor ich rausgegangen bin, dass ich einfach mit meinem normalen Handy einfach live kommen kann. Hätte ich gemacht. Aber ich habe da meine Freundin angerufen, dann haben wir lange telefoniert. Ich benutze das Huawei ja und dann wollte ich ja zum Automaten hingehen und Hotspot anmachen. Und dann stand hier einfach, ja, das verstanden da nochmal, weswegen die Verbindung nicht möglich ist. Samsung hat keinen Internetzugang. Ja. Hi, Batman. Und dann ist heute zum Einkaufen mit. Nee, ich gehe ja nicht einkaufen. Nein. Leute. Das war so. Nochmal. Vielen Dank.